Hi, mein Name ist Valentin Böckler. Ich bin Profiwindsurfer und leidenschaftlicher Filmemacher sowie Fotograf. Durch meinen Sport kam ich schon an die schönsten Strände der Welt und habe einige super Trips hinter mich gebracht. Und nun geht meine Reise auch schon weiter. Folgt meinen kommenden Abenteuern durch Lifestyle, Kultur und Sport. Viel Spaß! Wie ihr seht, seht ihr nichts. Na ja, wie dem auch sei, da hinten ist der Frankfurter Flughafen. Ich bin jetzt hier in Frankfurt auf dem Hotelzimmer und heute geht es nach Costa Rica mit Lumix. Lumix Adventure-Reise steht an und ja, ich kann es kaum erwarten. Wir mussten jetzt schon einen Tag warten, weil der Hurricane über die Dominikanische Republik gewandert ist. Und ja, wir hätten da eigentlich zwischenlanden müssen. Dementsprechend hat sich der Flug jetzt verschoben um einen Tag. – Willkommen zu Costa Rica! Bitte bleiben Sie sieden und mit Ihren Sitzungen passen, bis die Zeit aufhören wird. euch begleiten in Costa Rica. Ja, angekommen in San Jose, der Hauptstadt von Costa Rica nach, glaube ich, zwölf Stunden Flug war das circa, davor nochmal zweieinhalb Stunden nach Madrid, endlich angekommen, jetzt erstmal kurz eine Stunde schlafen und dann geht's zum Abendessen. Ja, angekommen in San Jose, der Hauptstadt von Costa Rica nach, glaube ich, ja, angekommen in San Jose, der Hauptstadt von Costa Rica nach, glaube ich, ja, angekommen in San Jose, der Hauptstadt von Costa Rica nach, glaube ich,